Jetzt haben wir den Trainer Niko Litsch vom SC Remscheid. Sie haben heute hier 505 beim SV Udusheim sicherlich auch anders vorgestellt. Was sind die Gründe der Niederlage? Vielleicht der Doppelschlag am Anfang? Wir waren nicht vorbereitet im Spiel. Die Frage ist mir nur, warum. Da müssen die Spieler selbst Antworten geben, weil ich Unterschiede zwischen unseren Trainingsleistungen spiele heute. Das sind Welten. Wenn ich bereit bin, auch in der Landesliga richtig vorbereiten zu spielen, soll ich zu Hause bleiben und Freizeitssport spielen. Ganz klar. Und wenn ich das mal von mir aus feststellen darf, Sie wirken eigentlich von draußen als der ja der meisten Motivierteste, der am meisten Gas gegeben hat. Sie standen nicht auf dem Platz. Das kann eigentlich auch nicht sein, oder? Ja, okay. Das Ergebnis ist eine richtige Blamage. Die Wilfred hat auch sieben Stück gegen den SC Völbe gekriegt. Jetzt ist Charaktersache. Zeigen wir Charakter oder nicht. Alles klar. Dann vielen Dank für das Gespräch. Gute Saison noch. Tschüss.